Und wir, äh, können diesen Mob ganz oft töten und können ganz schnell leveln, habe ich aber gar keine Lust zu, weil meines ist lame. Hier, da, leichte Steinweste. Hm, krass. Aber, wir wollen es ja nicht machen. Wir wollen es nicht lame. So, okay. Gut. Aua. Okay. Okay, und, äh, äh. We must be getting close. Wir kommen näher. How can you tell? Look. We may still be able to save the others. Let's hurry. Ja, wir kommen wirklich näher. Das ist ein geiler Schlüssel. So. Und... We may still be able to save the one. Und... Oh. ja dass du musst ja ich habe mich gerade selbst geschlagen mit ihm das vielleicht war es auch mit absicht zack ja das ist halt schon was cool ist du kannst dich halt damit wirklich kein scherz ohne kacke zu umbringen das war interessant ja hier hat er schon wieder neue sachen hier auch wieder neu er hat nichts neues nein nein und wir haben auch neue dinge ok kriegen wir dann auch noch erfahrung für das ist halt das das ist ja das geil dabei darum mache ich das ja auch mit absicht ok wir müssen in die richtung wappenregen ich meine müssen gar keinen sohn so eine harte level session machen weil guckt euch das mal an ich werde ich weiß nicht was ich machen soll ich glaube ich den verteidigung ich weiß nicht angriff nehmen soll weil ich weiß dass wir gleich vom post sind aber wir brauchen nicht so viel erfahren außer müssen wir alle drei sachen level um ja wir sind kurz vom boss wir sind echt ganz kurz vom boss oh gott nein ich hat's mit perfekt notiz na gut dann hat er mit gewaltt nicht gerade die kinder bin ich gar nicht schlecht ja wir haben einfach das wasser zum laufen gebracht hier runter laufend hier runter laufend hier runter laufend sieht man das nicht natürlich sind aber die ganzen gegner jetzt hier dabei na komm 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 ich will dass du mit mir spielst jetzt haben wir das vorhin nicht ausgemacht höhehöhö warum ich den typen jetzt einer so aufs mauge gegeben hat dass ich äh dass er mir gehen wollte weiß ich auch nicht na egal wird schon funktionieren so Hopps Warte mal ganz kurz, jetzt habe ich Scheiße gebaut Jetzt habe ich Tatsache Scheiße gebaut Tatsache Weil, äh, jetzt haben wir noch diese Hühnchen Das heißt also... Ja gut, da kommen wir noch nicht lang Ihhh Tja Okay Grubenheim. Und zum Glück haben wir den Safepoint. So, jetzt können wir uns natürlich... Uuuuh, du kannst mir so gelegen. Hallo. So, und ähm... Ja, gut, ich muss das wahrscheinlich schneiden. Naja, wollte ich nicht. Ach, man lacht es sich so hoch. Oder? Ja, muss ich mal gucken. Äh, NNA, was kaufe ich denn jetzt? Ich muss jetzt irgendwas kaufen, was recht viel, aber recht... Kostet natürlich 300, ne? Wir haben halt noch nicht so viel Kohle. Das ist es halt. Später geht das ordentlich ab an Geld. Das könnten wir auch heute gebrauchen. Also später ist es wirklich gut, Geld, was wir bekommen. Kaufmodus. Okay. Aber ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Hm. Das ist so ausreichend, dass wir genug haben und dass wir nicht verrecken. Ich habe die dann immer gekauft und kaufe wahrscheinlich jetzt noch Ja, 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 gut. Ähm. So. Willkommen, meine Freunde. Jetzt kommt ein Bosskampf. Nein. 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 Wir haben es so weit, Fidget. Bleib bei mir und du bist gut. Was sieht, Aura? Alles? Es ist ein Buss-Fight. Das ist unser erster Buss-Fight. Hallo! So, du bist gekommen. Hi! Was hast du getan? Du hast alle diese inocenten Leute gebeten. Du möchtest mir sagen, dass du inocente, wenn du so kassierig schliefst ein kaltes number von meinen Kindern hast. Deine Kinder? Du sprachst über die Monster da hinten? Wer bist du? So? Du wirst nicht vergessen meinen Namen? Du bist sicher, mein Freund. Diese Zeit, du wirst nicht so schnell vergessen. Let's fight! Hallo! Ich bin nicht egal, was dein Name ist. Du bist nicht anders als die Monster, die ich vorher hatte. Und wie sie, du wirst auf meine Hand. Du bist der einzige Monster hier, Puppet! Als ich deine Böse umschlebe, dein finales Gefühl wäre, dass der Fuse verletzt war. Jetzt sterbe! sterbe! Okay. Das hat sie gesessen. Okay. Das ist doch, es ist der erste Bosskampf. Ich bin doch schon so leicht. Äh... Er ist halt... Er ist halt... Er ist halt... Er ist halt kein Mob. Der Zeig! Du kochst, nein! Du kochst! Du kochst! Du kochst! Und damit war's das! Spiel durch! Nicht ganz! Oh! War es doch mitschau... The lights of Elysium shine upon me, but can they reach the darkness within you? I have come to my end. What are you? Among the last of a dying breed, a once proud race extinguished by your hands. My hands? You and your warm-blooded kin, we oonbots were outcasts, scattered to the wind. You, and others like you, they came to my village, killed my family. I-I didn't... I can't remember. There is sadness in your eyes, but it is not guilt. It is loss. After all you've done to my kind, you still think only of yourself. Perhaps that is for the best. Your leader, Gaius. He led you and your fellow assassins into battle. Assassins? He even murdered his own kind. Our greatest allies amongst the warm-bloods. But one escaped. She was the only one I would dare spare in the slaughter that was to come. She? Who are you talking about? Who did I kill? Who knows? Who sees? My vision has left me. I return now to the life-thread. And to my brethren. No, no! Wait! Farewell, warm-blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it! He knew I was Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name. Dias. So. Und jetzt. Lernen wir eine Fähigkeit. During the battle, I was studying Fu's attacks. I think I might have picked up on his technique. I've got a feeling we'll need it. Those monsters likely won't let us leave without a fight. Yes. Okay. Geil and сюstras. Well, I wasn't for this, so I didn't have to use it. Because I could not have at all. Because we just, in some moment, were just dying them. So. That was Fu's. We were Fu's killed. Oh, hello. We're monsters. What was the problem? Sie redet jetzt wirklich mit Monster Adios Amigos Das geht ganz schnell jetzt mittlerweile Also jetzt, wo wir Fidgets neue Fähigkeit haben Geht das recht schnell Ihr seht, machen wir ordentlich Schaden Ist es schnell vorbei mit dem Gegner Und wir werden später noch eine Fähigkeit bekommen So weit war ich dann Und dann habe ich aufgehört Eine Notiz So Oh, warte mal Na, wir nehmen den Teleporter Stein Weltkarte Ja Inzwischen weit im Norden Sir The preparations are nearly complete We found another of their camps, but But it was deserted Of course Keep up your search They're going somewhere And we need to know where that is Of course, sir If that's all What are the rumors, commander? Is there any truth to them at all? We are investigating, sir But surely you don't believe Commander, it is not your place to question what I believe A moment of glory draws near And I want results As you wish, general Where are you, my friend? Why are you hiding from me? Und darum finde ich dieses Spiel so geil Und da hatte man Connection lost Weil mein Test meint Heute mal abzuschleißen Ähm Und auf Aurora Und zwar ganz nah beim Dings Ah, warte mal Moin F-Fate Ja Ja, vielleicht So you must know your way around out there Maybe you could do me a favor Äh, vielleicht Depends on the favor What is it you need? Well, allow me to introduce myself My name is Faye And I'm in charge of keeping our guards well equipped So their poor equipment is pretty much your fault Äh, richtig In so many words, yes It's not like I enjoy giving them sub-part equipment If I had better materials I could make better gear Tell you what If you could bring me five impo-